hallo hier ist benjamin meyer herzlich willkommen zu meinem podcast schamanisch bewusst in meinem podcast geht es um naturkräfte und spiritualität und in dieser folge geht es um die kraft des feuers ja kennst du vielleicht diese 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 andächtige stimmung wenn man vor einem lagerfeuer sitzt vor so einem offenen feuer egal ob alleine oder mit anderen da ist so eine besondere atmosphäre das kennst du bestimmt die frage ist nur was macht diese besondere stimmung aus warum ist das so was passiert da energetisch warum wirkt das feuer so anziehend auf uns warum dieses spiel mit dem feuer hast du da mal darüber nachgedacht ich habe so aus meiner schamanischen sicht einige antworten mitgebracht und ich möchte dir auch was praktisches hier mitgeben feuer schenkt wärme und sicher das überleben so kurz auf den punkt gebracht feuer schon so lange ein teil der menschlichen kultur dass man das gar nicht mehr wegdenken kann das feuer ist heute so in unserem alltag eingebunden dass wir es teilweise gar nicht mehr sehen denkt man ins autofahren da gibt es ständig kleine feuerexplosionen drin aber bevor so der mensch angefangen hat das feuer zu kontrollieren und bewusst zu nutzen was auch sehr gefürchtet weil das feuer bringt auch den tod ein tier was im brennenden wald umherirrt hat kaum eine chance dem feuer zu entkommen mensch teilweise auch nicht das heißt das feuer kann auch so ausbrechen und so eine macht haben dass sogar heute der mensch noch sich dem einfach ergeben muss und kaum was tun kann das sieht man auch bei den ganzen waldbränden die immer wieder gibt ja feuer kann als magisches inneres element begriffen werden und aber auch als energetisch äußerliches und beides spielt im schamanismus eine rolle und daher möchte ich auf beides eingehen fangen wir mal an mit dem feuer auf der inneren ebene das feuer steht symbolisch für die seele und die kraft die quasi von der seele in den alltag strömt also das element feuer ist das seelen element man kann auch sagen das spirituelle element in uns aber was bedeutet hier spirituell sagen spirituelles element in uns spirituell ist ja auch so eine worthülse da kann jeder alles mögliche darunter verstehen und ich würde auch sagen je nach kontext oder je nachdem wer das wort nutzt ja meint er vielleicht was anderes aber ich möchte ja ja in bezug auf dieses feuer element darauf eingehen was hier spirituell bedeutet diese spirituelle ebene in uns wenn es ums feuer geht das ist die ebene in unserer inneren realität die uns mit unserer ganzheit verbinden kann so dass man quasi in verbindung mit sich selbst mit seinem wirklichen selbst und mit der welt sich fühlt da kommt man so richtig in verbindung und fühlt das dass man verbunden ist das ego sucht ja immer nach nach ganzheit und verbindung aber dieses dieses innere feuer diese spirituelle feuer ebene in uns dieses element das zeigt uns auf dass wir schon verbunden sind dass wir nie getrennt waren aber das ego fühlt sich halt getrennt im alltag und das ist so dafür dass man dass das man sich als ja als den wichtigen teil des großen ganzen auch fühlt der man tatsächlich ist also würdest du fehlen so wie du da bist genauso wie du da bist nicht anders so genau so dann wäre das ganze das ganze große bild einfach nicht komplett das kunstwerk dass das lebens hätte dann ein manko aber du bist ja da deswegen ist alles wunderbar wenn man auf auf inneren geistigen ebenen arbeitet zum beispiel schamanisch oder imaginierend ja und dort taucht das element feuer auf als symbol oder auch sehr lebendig so richtig echt dann geht es um dieses innere mit dem wahren sein verbindende element das ist dann das feuer da innen drin das element feuer ist in unserem ja energetischen sein auch das vereinende bekommt unsere lebensenergie unsere vitalkraft die qualität des feuers dann ist das etwas aufsteigendes etwas in uns aufsteigendes und wenn das dieses spirituelle feuer ist in uns energetisch dann sucht das immer nach der erweiterung des bewusstseins nach einer bewusstwerdung und da entsteht dann so eine innere hitze und die kann so weit gehen dass manche wenn sie diese dieses innere feuer in sich schüren und aktivieren dass sie mit bloßer körperwärme mit dieser hitze die da entsteht energetisch sogar schnee um sich schmelzen können das gehört in manchen schamanischen kulturen auch richtig so zum repertoire dazu zu den praktiken man nennt das dann so das meistern des das feuers oder die meisterung der feuerkraft und diese diese innere hitze diese innere energetische feuerkraft sozusagen die kann man durch durch spezielle atem und körperübungen erzeugen im yoga zum beispiel findet man gute anleitung dazu weil das was wir heute als yoga kennen das geht auf die brachmanen kultur zurück und das das war sozusagen die die schamanische kultur der feuerpriester im antiken indien also die haben ganz viel mit mit der mit dieser magie des feuers gearbeitet deswegen kann man sagen feuerpriester und das war natürlich eine schamanische kultur so wie wir heute schamanismus verstehen das ist natürlich auch noch ein wort aber ja ich denke das passt ganz gut wenn man sich anguckt was die da so rituell gemacht haben bei diesen übungen nimmt man dann zum beispiel eine bestimmte körperhaltung ein und wenn man die körperhaltung einnimmt dann merkt man sofort dass es wärmer in einem wird dass es warm wird dass irgendwie der kreislauf aktiviert wird vielleicht schwitzt man auch sofort oder man atmet muss muss ganz anders atmen oder es gibt eben spezielle atemübungen wo man ganz bestimmte art und weise atmet um dieses innere feuer sozusagen zu schüren ich nutze solche übungen auch und ich lehre die auch im rahmen meiner schamanischen ausbildung weil da geht es am ende natürlich nicht um diesen schneeschmelz wow effekt ja wo man sagt oh wow der kann schnee schmelzen der der das macht dem geht das überhaupt nicht darum da geht es nicht darum was zu beweisen und besondere fähigkeiten so zur show darzustellen wie sagt man zur schau zu stellen sondern da geht es darum die lebensenergie zu erhöhen und eben dieses diese innere vereinigung von von energie und bewusstsein zu erreichen die heilige hochzeit sozusagen und diese übungen die brennen auch sehr effektiv energetische blockaden weg und da kann man es wohl richtig aufräumen das ist aus meiner sicht etwas für fortgeschrittene weil bei anfängern ja kann es sein da passieren dinge womit die einfach nicht klarkommen also da muss man sich langsam rantasten und schritt für schritt das einfach lernen und davor noch ein paar andere wichtige dinge trainieren bevor man sich solchen praktiken zuwendet kommen wir zum feuer in schamanischen ritualen bisher habe ich so erzählt was es auf der inneren symbolebene und auf der lebensenergie ebene in einem drin sozusagen und jetzt können wir einfach auch ein feuer an machen also wirklich mit streichholz oder feuerzeug oder wie auch immer mit mit feuerbogen oder mit feuerstein am ende ist ein feuer an und wenn wir feuer an machen dann können wir folgendes beobachten das kannst du ja auch beim feuer wird energie frei licht und wärme das kannst du beobachten das ist du machst ein feuer an egal wie energie wird frei es entsteht licht und wärme das siehst du auch bei bei der sonne da machen wir das feuer natürlich nicht an aber da entsteht auch licht und wärme beim feuer können wir auch beobachten wird aus etwas festem etwas unfestes sage ich mal da wird was transformiert vom einen aggregatzustand den anderen da wandelt sich was um sozusagen also zum beispiel wenn man holz anzündet dann wird das zu rauch und dampf und asche bleibt übrig das feuer kann man auch so sagen zerstört strukturen feste strukturen und schafft damit raum für neues das schafft platz das siehst du daran wenn du ein steher holz verheizt über den winter oder mehrere dann ist es nicht mehr da da hast du ein bisschen asche und das verschwindet das holz ist dann irgendwann verschwunden weil du es verheizt hast so und das heißt da verschwindet einfach etwas was vorher raum eingenommen hat und dann ist mehr raum für neues da und was wir auch beobachten können das feuer steigt nach oben das hat so eine so ein zug nach oben deswegen auch der schornstein und der muss richtig gewartet werden dass dieser zug auch dass das feuer auch nach oben steigen kann sonst bleibt der rauch im haus und so aber die wärme steigt nach oben das feuer auch das züngelt so nach oben und die funken sprühen nach oben verteilen sich und macht man jetzt ein feuer an für schamanische rituale für ein schamanisches ritual dann kann man genau diese dinge nutzen auch auf der energetischen ebene das bedeutet zum beispiel man kann die frei werdende also die vom feuer frei werdende energie und das ist ja eine menge energie die frei wird Licht und wärme krass kann man nutzen um die realität zu verändern das ist zum beispiel ein klassisches schamanisches ritual wo man oder jemand in einer realität lebt die zum beispiel leidvoll ist und dann hilft man dem mit der frei gewordenen energie die realität zu verändern innere dinge zu heilen potenziale freizulegen altlastenlos zu werden und dann ändert sich das erleben der realität und die ganze energie vom feuer kann man dafür nutzen man kann auch ganz gezielt sagen ich muss nicht unbedingt jetzt aktiv die realität von zustand a in zustand b oder von variante a zu variante b ändern man kann auch einfach diese umwandelnde kraft des feuers von einem zustand in den anderen fest zu luftig fein sozusagen kann man auch nutzen um bei sich selber im leben oder im energiesystem altlasten zu entfernen etwas ganz leicht loslassen zu können also das feuer bringt wirklich so diese loslastqualität mit sich diese transformierende kraft und wenn ich etwas habe im leben wo ich sage da ist viel energie drin gebunden und es bringt mir aber nichts mehr oder das schafft in meinem leben ja situationen die ich nicht mehr will die mir nichts bringen die mich blockieren dann kann man feuerritual super nutzen dafür um eben diese festgefahrene struktur sozusagen zu vernichten damit raum für was neues entsteht und die darin gebundene energie von dir die wird frei die steht dir damit zur verfügung man kann mit einem schamanischen feuerritual auch mit feinstofflichen ebenen in kontakt treten feuer wird dann wie eine kommunikationsbrücke in andere feinstofflichere ebenen hinein und man kann mit feuer auch sein bewusstsein erhöhen indem man einfach mit dem feuer meditiert und man kann damit wirklich hartnäckige blockaden lösen und all das passiert eigentlich schon so im ansatz wenn man sich einfach so vor das feuer setzt macht man ein schönes feuer bei sich im kamin oder draußen in der feuerschale oder auch ein größeres feuer im sommer immer ein bisschen aufpassen nicht den wald abfackeln das muss natürlich alles sicher und gut vorbereitet sein ganz ganz wichtig und dann setzt man sich vor das feuer und schaut einfach den flammen zu und da hat man eben sofort diese besondere stimmung und das sind eben diese sachen die ich erklärt habe weil das alles schon passiert da ist sofort diese andächtige heilige stimmung wenn so ein feuer brennt und das züngelt und die funken sprühen und so und es knistert und so da werden auch so archetypische erlebnisse in uns entfacht so am feuer sitzen da ist es sicher da ist es warm da ist alles gut sozusagen da gibt es essen da sind alle beisammen da erzählt man sich geschichten das hält die wildtiere fern ja und so weiter und so fort man erfriert nicht aber wenn man jetzt schamanisch sehr erfahren ist sprich gut ausgebildet ist gut Erfahrungen gesammelt hat da kann man ja natürlich noch weit mehr machen und tiefer einsteigen und die die Wirkungen die ich erklärt habe und die Vorgehensweise natürlich erst die Wirkung für hunderte für tausendfachen da kann man ganz viel machen und dann kann für das Bewusstsein auch ein einfaches Feuer ein Tor in eine andere Welt sein und da wird es auch richtig abgefahren und so als Alltagstipp ich möchte ja sowas als im Alltag auch noch mitgeben du brauchst nicht immer ein Lagerfeuer um die Magie des Feuers zu nutzen du kannst auch einfach eine Kerze bei dir zu Hause anzünden und das ist kennst du ja das macht auch so eine schöne Stimmung in den dunkleren Jahreszeiten das ist auch da was ganz schönes also in Europa ab November Dezember vielleicht ab Oktober schon und für die Raunächte auch ganz spannend so Kerzenrituale zu machen und ein ganz einfaches Kerzenritual ist wenn man die Energie nutzt um sich einen Herzenswunsch zu erfüllen wichtig Herzenswunsch nicht Ego-Wunsch das muss wirklich was sein was wirklich von Herzen kommt und dann kann man mit einem recht einfachen Kerzenritual kann man quasi die Energie nutzen die vom Feuer zur Verfügung gestellt wird dann hat man eine zusätzliche Energie und damit lässt sich natürlich leichter die Realität steuern kann sich leichter einen Herzenswunsch erfüllen also darum geht es und man hat auch diese umwandelnde Qualität das heißt bei dem Kerzenritual kann man gleichzeitig so innere Widerstände loslassen funktioniert natürlich besser wenn man wirklich vor einem Lagerfeuer sitzt aber Kerze tut es auch schon verdrinnen und dann macht man das halt täglich zehn Minuten und das immer ein paar Wochen und dann hat man auch irgendwann die Wirkung wie wenn man jetzt so ein zwei Stunden vor einem Lagerfeuer sitzt und dafür kannst du dich für so ein Kerzenritual einfach innerlich einschwingen auf die Variante deiner Realität die du erleben möchtest also wo dein Wunsch quasi in Erfüllung gegangen ist und dabei die Energie der Kerze mit einbeziehen weil eben du hast dann quasi eine Zusatzenergie könntest auch noch ein Räucherstäbchen anmachen und einen passenden Stein in der Hand halten und dann hast du so Kräfte vereint und damit kannst du dein Herzenswunsch viel besser erfüllen probiere das gerne mal aus ist was ganz ganz Einfaches aber auch die einfachen Sachen darf man nicht unterschätzen und klar wenn man so ein großes abgefahrenes schamanisches Ritual macht da geht natürlich mehr aber ich bin auch echt Fan von so kleinen Sachen die man im Alltag mal eben machen kann weil das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit dass man es auch macht ja dann bin ich schon am Ende dieser Folge ich hoffe das war spannend für dich folge sehr gerne meinem Podcast wenn du das noch nicht machst und teile auch sehr gerne diese Folge mit jemandem wo du denkst dass das hilft dem und dann ja danke dass du zugehört hast und dann bis zur nächsten Folge mach's gut und viel Spaß mit der Magie des Feuers